Kein Ausdruck! Nein! Ah! Guck über meine Schulter, Bruder. Alles klar, alter! doch unser Team ist sehr viel besser koordiniert oh Gott was denn? ist der auch hier drin? nein jetzt ist grad übelsam abgehen ich komm, ich wollt grad gucken, was hat rote Holz Alter jeder in Deckung, Daniel ich seh no rote Dinger, ey das bleibt bloß aus der Feuerwehrschweiße, ich darf es oh Gott, das ist ein Wehrwolf ich färd weg oh fuck das ist heftig hier stecken wir uns in der Ecke hier muss Taktik und Strategie angewendet werden da ist einer, da ist ein Wehrwolf ich kann hier, ich kann hier helfen was denn? da oben ist einer ich könnte den anspringen du bist dann nach oben, gut spring da hoch spring da hoch, man ich hab n' dud getan ich bin du oh Gott, Hilfe ja, ich hab n' ich drauf Die sind ja nur so Goblin-Viecher. Ich sollte echt ein paar Stabfähigkeiten hier ausrüsten. Versuch da hochzukommen und nicht wieder zu bleiben. Warte, da war's grad. Ich lieg hier auf der Treppe. Musst du da für einen Stein einsetzen, ne? Ja. Gehen wir noch genug. Wieder da. Na komm wir hin. Mein Fertigkeitspunkt, geil. Mein Gott, guck mal, wie viele Leiche hier sind, ey. Ja, alles rote Leichen. Oh, fuck, ich hab sie noch gekauft. Wir kommen hier links, da sind glaub ich ein paar von uns. Wir sind da so schnell, ey. Ja, wir gewinnen ja anscheinend. Ja, weil da ist nicht viel. Ich probiere es wieder in Werbung nach oben. Oh, das war gar keiner. Der Werbung ist gar nicht, pass auf. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin nur zu Boden gefallen kurz. Ich bin schon wieder zu proben. Ich glaub, das schaffen wir ja nicht einzunehmen. Wir sind voll viele. Und wir sind irgendwie voll nutzlos. Ah, den hab ich getroffen. Und den auch. Ich seh' ja nur Leichen, ey. Von den Gegnern. Ich muss jetzt so nicht so anders machen. Hast du wiederbelebt? Ja. Naja, ich muss mit dem Fekt sofort. Ich glaub sowieso nicht, dass wir eh gewinnen. Ich bin aber in der Nähe, ich komm. Oh Gott. Die sind so schlecht, ey. Aber wir sind allgemein hier am verlieren, hab ich so ein Gefühl. Ich kletter ja auch im Auer. Vielleicht kann ich ja irgendwas machen. Schütze aufbauen oder irgendwie sowas. Ja, das geht sogar. Aber dann kommen die ganzen Bärwürfe. Oh, ich bin ja irgendwo oben in der Ecke. IT ist Level 19, ey. Kann ich ja was machen? Wieder da, Daniel. Wir sind gerade abhüllt, aber das ist von den Gegnern. Ich laufe hier auf der Mauer die ganze Zeit rum. Hey, die versuchen wir unsere Mauer hier kaputt zu hauen. Man kann nicht hier irgendwo was bauen. Du hast doch gar kein Holz. Boah. Wurste Materialien für sowas. Kannst du bei irgend so einem Typen kaufen. Kann so ein Typ... Oh Gott, der hat mich gesehen. Ah. Bin da, Daniel, komm raus. Ich muss fürchten, ich wurde gesichtet. Ich kann so einen Typen von der Mauer runterschmeißen, wenn ich will. Daniel, ich seh dich da oben. Da oben ist einer, wo du gerade hinwegst. Weil der tut Teapot rum runterschubst und töten den. Jawoll ich. Ah. Ich seh den Kampf von hier unten, Daniel, komm runter. Ah. Immer. Ich bin tot. Das war episch. Ich wollte den da runterschmeißen mit meinen eigenen Angriffen. Ich hab's von hier unten gesehen. Ich werd wiederbelebt. Gut. Ja, ich hab dich wiederbelebt, du Pisser. Na, ist doch gut. Ich hab's von hier unten gesehen, Daniel. Der ist schon wieder da oben. Der kennt uns den. Ich bin tot. Und wo will der? Der hat fast keine AP mehr. Und der will uns. Der will uns. Daniel, da kommt noch mehr. Lauf weg! Ich seh den Handel nur noch die Augen gespielt. Ich renne weg. Alter, wie viele das sind? Da hätt' keiner. Da hätt' keiner. mit weg schnappt er hat sich umgedreht auf ihn ich glaube das war sogar ich habe ja ich auch ich glaube ich habe so einen genanstoß gemacht wo das war ich oh mein gott ich bin ja am randallieren grad ich habe gerade zwei glaube ich erledigt ja ja super ich kann auch den dreibeinigen grund töten dackel mit fünf linken beinen oder geht es schon los oder das ist ein riesiges lock in der wand ich auch mal ein paar fähigkeiten ihren stab einpacken ja ich kann doch mit normalen angriffen bisher was machen deswegen ist der plus 1 abzieht wenn eine fähigkeit einsatz besucht meine ultimate irgendwo zu machen meinen wirbelsturm er müsste ich da hoffentlich ein paar treffen wird frössnacht ich weiß wie man kriegt macht wir sind immer gegner ich weiß nicht was ich machen soll ich renne mal durchs tor warte ich versuche den eingang zu benutzen wo die alle reingestirbt kommen ich weiß nicht mehr wie ich da reinkommen soll ich bin voll in den gegnern reingest ich weiß nicht mehr wie ich da reinkommen soll ja da ist eingenommen worden wisse ich bin doch er war voll verzweiflung ey ich war der letzte glaube ich von meinem team da alle sind die greppe hochgegangen voll viele gelbe wir waren schon an die hunderten schwangen die ganze zeit mit meinem deutsch und bin auf die zugegang ich glaube wir erleben doch hier wie war die schlacht verlieren heute ist mir irgendwie eigentlich egal ja es ist sowieso scheiße ganz ehrlich dann wir tragen hier gar nichts bei der dach ist damit gewöhnt muss ich mir mal vorstellen als ich außerhalb der burg gegangen bin haben wir verloren so muss er das sehen kaum verlasse ich die festung geht alles im bach runter ja du hast echt viel geleistet ich habe zwar nicht mehr einen weg gefunden wie ich da reingekommen bin aber nur rapunzel da oben gemacht keine ahnung ich bin irgendwie so nach die tür reingekommen auf einmal sage ich dann nur gelbe sachen dann war ich weg ich glaube ich bin noch nicht mal umgefallen ich bin im stehen gestoppt wie you right here hat nur gesehen wie ich geschlagen und so und dann auf einmal tot aber die gelben sind hier auch zu verkehlen der eine will da gar nicht reingehen und geht da nicht rein oh gott aber es ist so schlimm aber ein gegner ich bin weggegangen einer ja okay lass reingehen oh gott es gibt feilen wuff was sind das viele alter ich hätte da so ein feil ragen rein ich habe mich in dem und dann ich bin ich bin ich bin so ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin kann ich glaube ja hier sind ein paar leute drinnen versuche durchzukommen aber irgendwie kommt man da nicht mehr hoch irgendwie sind die beiden brücken dinge davon beide kaputt ich brenne ganz einfach soll da steht schon einer Ja. Ja, ich habe ihn um in den falschen Fall wieder erleden. Danke. Ja. Ja, was ich für? Ja. Okay. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020